Verwirrend Verwirrend Was sind wir, das wissen wir nicht, obwohl wir ein Teil des Lebens sind, genau wie unsere Lebewesen. Auf der Erde, was werde ich erben, wenn ich sterbe? Nur meine eigenen Knochen und deine Truhe und du hast die Ruhe. Was verwirrt dich, Alkohol? Was verwirrt dich, Drogen? Was verwirrt dich, Probleme? Was verwirrt dich, die Liebe? Was verwirrt dich? Und was irrt dich? Was verwirrt dich, deine Freunde? Was verwirrt dich? Du verwirrst dich. Was verwirrt dich, Fernsehen? Was verwirrt dich, Musik und Alkohol? Die Verwirrung eines Menschen dauert etwa länger oder kürzer, nachdem hast du einen Sturz und du bist verwirrt. Uns verwirrt sehr vieles, aber wir kriegen man das wieder hin. Was verwirrt dich, das Schreiben? Was verwirrt dich, Zigaretten und Alkohol? Was verwirrt dich, das Essen? Was verwirrt dich, dein Kopf, deine Hände? Was verwirrt dich, deine Augen? Was verwirrt dich, das Nachdenken? Was verwirrt dich, die Arbeit? Die Arbeit? Vielen Dank.